Hallo! Herzlich Willkommen zurück zu Arborion! So, wieder rein tippen, nicht vergessen. So, mit Cobras etwas umgebautem Schiff hier. Was passt? Ich habe jetzt nur noch ein einziges Dock zur Verfügung. Dock 1, minus 1. Was? Ja, 1 hast du auf jeden Fall. Ja, und 2, ja. Du kannst nur noch ein zweites hinsetzen. Ist ja kein Thema. Du kannst auch auf 4 hinsetzen. Loll. Na, ich kann das Schiff rumschieben. Welches? Ich glaube, seins ist jetzt größer, oder? Na ja, jawohl. Ja, seins ist jetzt größer. Dein Schiff ist größer als meins. Moment, mal kurz Stats angucken. Da kommen wir Millionen, 1 Million. Ja, ich habe nur 500k. Feuerkraft 29.000. 29.000. Hier sind wir ähnlich. Also, Feuerkraft haben ähnlich. Nur, wir haben das Doppelte an Hülle. Also, wir sind von den Schiffen her relativ ähnlich, nur du hast das Doppelte an Hülle als ich habe. Das ist schon Hammer. Ansonsten sind wir ziemlich gleich. Was Feuerkraft und Schilde angeht. Aber du hast jetzt doppelte an Hülle wie ich. Das ist schon, schon Hammer. Und dein Schiff ist größer als meins. Das ist ein Schiff. 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 abgemachte Händler Ah komm Doch Lass den mal machen Was? Am Leben Oh ok, genau Den, den, da ist doch noch einer Die Aktion ist deutlich Die greifen ja deine Station eh nicht an Weil das sind ja Xothan Die greifen ja meine Station Ne, Xothan nicht Nur Banditen Xothan greifen doch nur an, wenn man selber schießt Moment, das war Wurion Halt, 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 zurück Hier war Obo, Wurion, Irgendwo Er hier Das sind jetzt Piraten Die kann ich ja mal am Leben lassen Damit du mal schauen kannst, was passiert Er ist nicht so ergiebig, dieser Wurion-Typ hier Dieser Schiffstyp Irgendwie einfach besser verbaut Oder so Oder Wir sind ja alle guten Blöcke schon weg Ich glaube ja schon Das letzte, es sieht irgendwie nicht mehr so ergiebig aus Das ganze Ding Hm Ja, das sieht nicht mehr so ergiebig aus Lass mal liegen Wir sammeln mal ein bisschen was ein So Und wie läuft's? Hat deine Fabrik schon mal geschossen? Ich glaube die waren zu weit weg Sollen müssen wir Erze verarbeiten Demnächst wieder Unbedingt Gott sei viel Arsch draus im Weg Ja Ich hab ein großes Schiff gefunden Ich hab einen oh oder ich bin ein bisschen gekitzelt das macht ja den schild überhaupt nichts also eigentlich hat es überhaupt nichts getan ja noch gekitzelt maximal eine hülle ist ein bisschen beschädigt ja ein bisschen ach komm egal wir fliegen weiter ein handelsdepot ist hier auf jeden fall hundertprozentig und ein ressourcendepot sag ich doch ein händler ein ressourcendepot guten tag ich hätte da mal gern was aber jetzt alle minuten und stahl habe ich dabei stahl ja haben wir da machen wir stahl wir können zwar stahl auch noch brauchen aber wir haben 400 mit da können wir mal 100 verkaufen das passt das ist voll okay und ich bin voll dran vorbei gesammelt immer wie sieht es denn eigentlich mit unseren beziehungen aus ausgezeichnet wir haben ja mehr geld momentan also so hat funktioniert das ist ein vernünftiges angebot wir nehmen an sehr gut also hier sind wir jetzt verbündet aus dem lager voll sind freut 150 gold wir könnten tatsächlich noch mal so eine fabrik bauen irgendwie eigentlich brauchen wir es hier nicht unbedingt eigentlich können wir das echt anders lassen aber profit 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 ha 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 wie sieht es aus wir haben ihn umgepreisig irgendein bisschen rum blieb blieb ultime um ready ich vor hier bin auf auf Kürze Sohn. Kürze mich eigentlich nichts mehr, kann ich eigentlich direkt durchfliegen. Dass mein Schiff durch dieses Tor auch durchpasst. Danke. Eine Geschützturmfabrik? Oh! Ah, das war so, nein. Hm, ok. Ich bin mal hier gespannt. Das sind 5 Slots. Das heißt... Moment. Ein paar Schüsse möchte ich schon ganz gern machen können. Das sind 30 Schüsse. Oder halt... Es ist nicht viel weniger an DPS, ne? Oh, shit. 2700. Aber keine Blockdurchdringung, das ist eigentlich furchtbar schlecht. Ja, und auch der Schaden ist jetzt nicht so geil. 8. Ne. Das ist ein bisschen... Moment. Hier. 5 Blöcke Durchdringung. Jetzt sind wir schon eher da, wo wir hinwollen. Jetzt wird das schon besser. Kontinuierlich Schüsse 12. Das ist zu wenig. Ein bisschen... So ein paar müssen wir schon wissen können. Äh... Hochbalarm ist das Ganze dann. Boah. Okay. Wir drehen mal den Schaden hoch und gucken mal, wo die Reise hingeht. Ja. Lohnt sich nicht zu bauen. Ähm... Blitzwerfer. Ja, gut. Militär-Tesla spulen. Oh Gott. Aber das würde halt richtig ordentlich was bringen. Ich glaube, der wäre gar nicht mal so schlecht. Ich brauche einen besseren Ruf. Ich brauche einen besseren Ruf. Boah. Oh. Oh. Okay. Okay. Hahaha. Aber der Schaden ist cool. Also Tink geht sehr langsam, gell. So, ganz schneller abzubauen. Oh, keine Ahnung. Ja, Raumjäger. Ja. Was ist das? Ne, das ist die gleiche, ne? Ach, die gleiche. Es gibt doch keine zwei in meinem System, oder? Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ne, das ist die gleiche. Ich habe es nur aus den Albumen verloren und wieder gefunden. Das ist das Problem. Ähm. Wo war ich jetzt? Was? Hier irgendwo? Irgendwo? Es ist ein Depot. Da glaube ich, ne? Ja. Ja. Glaube ich hier. Wir holen mal unsere Erze ab. Ja. Flieb. Wir müssten eigentlich jetzt fertig sein auf jeden Fall. kommen, oder? Ach. Ich brauche ja gar nicht, auf die Entfernung brauche ich ja gar nicht mit, mit Ding ins fliegen, ne? Ich bin ja sowieso wahnsinnig schnell eigentlich. Wie zu schnell eigentlich. Ja. Ist okay. Gab ein bisschen was. Oh, hier haben wir zwei Millionen jetzt. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Wo ist denn eigentlich die Mitte? Die Mitte ist hier. Gott, wir sind verdammt nah an der Mitte, hm? Wir sind verdammt nah an der Mitte, haha. Haha. Ob ich denn, naja, wenn ich den Boss versuche, lässt mein Schiff kaputt, dann fange ich wieder ganz von vorne an, ne? Ja, das heißt natürlich ja ein Rekord. Sonst mag er wieder Scheissheit kaufen. Oh, hier ist ein richtiger Friedhof. Alles voll mit Schiffe. Überall Exotan. Sehr interessant. Super interessant. Ähm. Super interessant. Alleine da, oder? Ja. Äh. Haufmeise Exotan sind halt hier. Ansonsten bin ich alleine. Hört mir nicht angesagt, du bist alleine. Haufmeise Exotan und Haufmeise Wracks, überall Wracks. 14 Stück, äh, 14 Stück, die schaff ich. Ja. Halt Exotan, kann ich es auch nehmen. Halt Exotan mit meinem Schild gerade noch 3. Eindriff. Ja, ich gehe halt auch nochmal sicher mal. Hinten. 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 Was? Ich mach hier mal die Zutaten weg. Ja, und dann baue ich mir auch was in der Waffenfabrik. Eine Waffenfabrik bauen? Nein, du baue ich mir was in der Waffenfabrik. Wieso? Was? Äh... Ja, du schossst hier. Ja, wieso? Ich habe im April alles dabei, was ich brauche für Abwrackleser und Bergwolleser. Ach so. Ich glaube, ich habe ja schon einen Bergwolleser. Nee, also, äh, nee. Warum du? Ich habe alles, äh... Du sollst mir einer bauen. Hm? Du, mir einer bauen. Du kriegst Geld, du kriegst Material, alles. Was? Hä? Ich darf nicht. Ach so, du darfst nicht, ach so. Ich habe es auf dem Boot. Ich brauche ja eine bessere Beziehung. Oh, ich komme hier aber jetzt eine Weile nicht weg. Ja. Ja, gleich zu dir. Oh, definitiv komme ich hier eine Weile nicht weg. Hier gibt es auch Orion. Haha. Äh, eben. Ich will auch mal, äh... Erg mal lieber... Brot haben. Oder Orang zumindest. Vielleicht habe ich noch was. Vielleicht kann ich dir direkt was geben. Ja, geht gut. Mein Schild ist zur Hälfte weg, aber es geht. Alles. Wo ist hier... Nein. Mir doch, ich habe doch da irgendwie was liegen gelassen. Hm. 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 Ich finde meine Arorion-Wracks nie wieder. Ja. Hier, das ist eins. Okay, ich sehe Subraumsignale haben, was er passt. Dann kommt noch... Dann liegt hier noch mehr Schrott rum. Ich rieche so in die Art, ja. Dann kommt noch mehr ... Ich schaue Loser. Ich schaue den Seaman-Wracks-Wracks-Wracks. Bah, ich schaue die Arorion. Oh ja. Ist noch ein bisschen was rot, aber alles gut. Wie es hier aussieht auf der Schlacht. Ja. So ein bisschen halt, ne? Noch ein kleines bisschen. Ist noch ein kleines bisschen. Amorion? Könnte sein. Rubelbohrung? Ja. Sieht ganz gut aus. So. Aber das ist cool, vielleicht ist hier irgendwo viel Amorion dran oder so. Wäre ganz geil. 769 Sekunden Cooldown. Was? Leck mich doch am Arsch. Wieso? Nur noch 189 Sekunden hätten Hyper-Rom-Dings gehabt. Geblockt. Hyper-Rom-Blocker hatte der drin. Da unten glänzt noch was raus. Was? Ja. Brauchte ich hier für gar nicht versuchen abzufragen. Äh. Äh. Die aus Arborion alle oder wie? Au. Der Frachter hier ist aus Arborion. Das ist richtig. Okay, wo bist du? Was? Was? Oha. Wo geht's Arborion? Wacht aber. Woneben. Da ist das rot. Das ist kein Verdacht von hier, aber ich versuch mal hier. Der war 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 hier. Das ist auch Arborion hier. Wo ich wieder dran war, nicht das passt. Ich gebe auch, ja. Aber der ist auch Arborion in der Mitte. Er droht. Ich wollte gucken, wie das Ding ist. Muss ich mal machen. Hab ich hier Material. Nur Material, bitte. Bergbau. Boah. Zuhöle. Das ist Zuhöle. Bergbau. 85. Oh. 90. Der hat wesentlicher Schaden. Eine kleine Gruppe Piratenchiffe ist erschienen. Wo? Bin nur dich. Ich nix. Wir geben... Guck mal, was ich da gerade reingelegt habe. Was will ich hier mit meinem Geschichtsturm nix? Das habe ich halt. Aber abrack habe ich keinen zweiten. Wie gesagt, das habe ich da aber noch. Moment, vielleicht habe ich was in Organite. Baxi, hauen die halt ab. Ein Organite habe ich ein bisschen. Ah, hier. Organite habe ich was. Okay. es hat die frage für fighter was ist besser arborion oder organized ein notruf ich weiß ja nicht innerhalb der barriere hatte ich bisher ganz schlechte erfahrungen mit notrufen aber da gibt es bestimmt wieder arborion aber hier gibt es auch welches du hier ja es sich ein bisschen danach aus wir gucken mal rein noch mal die hülle auf da ist nichts drin vielleicht arborion doch gibt es hier aber ich glaube die bringen gar nicht mal so viel oder gucken naja ok ginge besser wieder nichts drin ist ja eine schachtel oder was drin das ist ja furchtbar kann man denn sowas bauen schade eigentlich die kleinen teile sind in dem fall glaube ich effektiver also wie zählt schnell nach oben das effektiv ist weiß nicht effektiver wäre es wahrscheinlich ein ganz anderes zu suchen dass das hier das nicht ist keins da hinten schwebt noch was ich bräuchte einen scanner upgrade mit dem ich gleich sehen könnte aus was das wrack besteht wäre cool würde ich sofort einbauen eigentlich müsste man hier ein abrak-schiff hinstellen das den ganzen tag nichts anderes macht machen tut machen tut mhm abrak shift und links boom machen tut machen tut machen tut der Achen-Toth der Bruder von Thoth eigentlich Amun Achen-Toth das ist lustig als ich mir das anfangs gedacht habe das passt besser als ich mir als ich das im Kopf hatte passt das nicht so besonders gut deswegen habe ich wieder alleine gewartet aber irgendwie es passt besser als ich es erwartet hatte Achen-Toth ich möchte gerne da dazwischen reintreffen ich glaube ich treffe da sogar hin ich glaube ich treffe da sogar hin okay jetzt aber auf jeden Fall jetzt habe ich ihn getroffen nicht hingetroffen das war das Problem so gucken mal ob wir irgendwo noch Arborion finden Arborion da rein sind dementsprechendes weißt du noch mal so ein Schiff wie du momentan hast du hast was mein's billiger als deins ist mein's billiger als deins oh was ich für eine Sicherung was man schauen kann was es wertet ja das geht leider irgendwie nicht mehr ja kann man das irgendwo irgendwie sehen und das Schiff irgendwo hm nicht so wirklich ja nicht so wirklich schau mal so sollte man aus Orgonite vielleicht Triebwerke bauen sind die ganz gut vielleicht oder ist das so wie mein Schiff jetzt wäre bräuchte ich wenn es umwandelt hätten Orgonite 4 Millionen Credits und eine Million Orgonite Moment wo ist das jetzt wieder drin gewesen dieses Umwandeln äh und ein Baumenü hm hm ah hier ganze Schiff anfassen ok 4 Millionen aber das ist mehr wert wie 4 Millionen ich bräuchte 6 Millionen und 1,4 Millionen Orgonite wie viel Orgonite hättest du gebraucht? also meinst du es besteht halt sehr viel aus Trinium? also komplett aus Trinium ok ok ich hab noch ein bisschen Xenium halt mit dran ja ich hab äh bestimmte Bauteile ich hab für ein Organite als Plattform genau ja eine Organite Plattform hab ich auch für Geschütze halt und ne kleine Arborium Plattform die ist aber nicht der Rede wert gerade zu großem Turm hm hm man kann dann echt nicht sehen wie es man direkt dran ist also was die gebaut sind und selbst dann muss man bis den Rätsel raten Und hier zum Beispiel sehe ich es halt echt nicht. Das ist Organite. Okay. Das ist Xenion. War keine. Aber unbillend. Der hier. Probe Bordung, Organite wahrscheinlich. Und es ist Organite. Aber war die Station leichter zum abbauen? Hm? War die Station leichter. Ist hier eine Station? Nein. Arvorienlaser, Werkbau. Ein Blockbau, ich hab 10 Minuten. Ja, der Bergbauwäser dauert ein bisschen länger, ja. Der war der Abwrack. Eberhöchst, es dauert er ewig ein kleines Abzubauen. Uff. Hm. Hörst, Abwrack, Thron. Ohneit. Also, Bordung dauert allgemein ziemlich lange zum abbauen, hab ich das Gefühl. Ja gut, vielleicht mit einem besseren Laser. Wo ist es mir besser gehen? Ich find, was war denn das für ein Laser, den ich dir gegeben hab? Wie viel Schaden macht denn der? 61. Okay, 61 ist jetzt wirklich nicht mehr wild. Aber umgebe, der abzubauen. Der Bote-Teiler. Ach ja. Angstgelb. Hau ich ab. Ist das eine Schachtel? Das ist eine Schachtel, oder? Da ist was drin, bestimmt. Aber hier ist auch was drin. Ähm, ja. Mach mal hier weiter. Ah, nichts drin. Nichts drin in der Schachtel. Wer macht sowas? Eine Schachtel ohne Inhalt. Da ist in diese Frachtschiffe nichts mehr drin. Ja, eine Schachtel ohne Inhalt, das ist furchtbar. Das ist wie wenn du ein riesen Amazon-Paket bekommst, du denkst, oh, was hab ich denn bestellt? Ist ja cool. Mach's auf, nix drin. Außer Luft. Eisenmetallschrott, ja super. Ich bin da grad Eis im Masten ein. Sehr gut. Das brauchen wir jetzt. Hab ich grad eben sagt, das ist gerade aber schnell weg, der ist da doch Frachter hier. Mach ich mal. Mach ich mal sicher. Einem Eisen. Fonkent. Farkleser, ja. 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 Aber du kannst doch normalerweise auch Tribut an die Zahlen, oder? Dann müsstest du doch auch schneller gehen mit den... Nein, nein. Bei neutral nicht. Out. Okay. Ach, auch gar nicht. Ich kann eigentlich verhandeln, ach, wach. Aber geht noch nicht. Hm, okay. Naja. Na, ist es. Ja. Eisen und Geld, das beißt nur Eisen und Geld. Probewodung. Also ich habe jetzt gerade mal läppische Eisen abgebaut. Ähm. Aus mit 5. Das ist nur so ein kleines Teil. Schade, dass die Frachter hier alle leer sind. Die könnten doch alle was drin haben. Oh, ein... Ich ruft um Hilfe. Angriff ist die beste Verteidigung. Ach, du bist... Ach, stopp. Ach so, er ist schon tot. Hm. 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 Das ist nicht mal vor, hier, oder? Ab. Die siegeln sie. Das ist vorbei. Oh, was ist das denn wohl, oder? Das auch. Was ist denn alles? Ah, der ist aufs Rot. Rot kann ich vergessen. Ah, der hat auch nichts bei ihm. Oh, das ist Rot. Ich habe gedacht, das könnte man ein bisschen bei dir Dingens hochpushen. Also die Geliebtheit bei denen, also Reputation, aber dann wurde der halt sofort abgeschossen. Das war halt ein bisschen doof. Der hat keine zwei Sekunden überlebt irgendwie. Das fliegt ja auch mit so einem läppischen Schiff hier rum. Der ist selber schuld. Also hier sind zwei Starge, die ich schütze. Ja, Eisen. Nimm mal her mit Eisen. Eisen ist cool. Hä? Machst du aus Eisen? Hä? Was machst du aus Eisen? Ausmacher. Das war mal. Ah, jetzt weiß ich warum hier ein großes Fracht-Riese-Dings ist. Du hast die Station gefunden. Hier war bestimmt mal ein Dingens, ein Dingens. Hier war, hier war mein großer Arsch drauf. Der Stoffplatz. Hier war mein Arsch drauf. Ja, hast du. Dock. Oh, ist es. Dock hier. Oh, das war mal ein Schrottplatz, ja? Kann auch sein, ja? Also es sieht so aus, als wäre das mal mein Schrottplatz gewesen wäre. Aber ich will es nichts nicht beschwören. Ich weiß es nicht. Wann hier war... Dock? Ach du, eigentlich hätten sie... Wurde und zusammen dauert echt ewig. Aber ich könnte mal meine Trägheitsdämpfer direkt aus Arvorion bauen vielleicht, wenn das geht. Na, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich habe ich zu wenig. Ich bin aber eigentlich neugierig. Wollen wir mal gucken, ob das schon geht. Ob das schon möglich wäre. Oh, egal. Ist was. Rot gehört alles dir. Oh Gott. An sich. Nur Eisen, bitte? Der gehört mir. Drägheitsdämpfer, 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 Drägheitsdämpfer. Drägheitsdämpfer. Okay. Ja. Einen, äh, zwei könnten wir umwandeln. Den hier oben und den hier unten vielleicht. Es würde alles besser werden. Außer Energieverbrauch, aber davon haben wir ja ein bisschen was da. Cool. Vielleicht mal so nach und nach aufrüsten. Da muss man gleich gar nicht unbedingt ein neues Schiff bauen. Oder das hier umbauen. Wobei, dann kann man auch direkt ein neues bauen, wenn wir ehrlich sind. Oh, vielen Dank fürs zugucken. Ha. Ich hab mich wieder so vertieft. Ich hab mich wieder so vertieft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.